Hallo Leute, willkommen zu einem neuen Video. Mein Name ist Selina und ich glaube jetzt selbst raus, ich bin etwas krank. Auf jeden Fall gehen wir heute in den Start und dort gucke ich halt Pasa nach für Halloween. Weil ein Schmink-Tutorial für Halloween muss einfach sein. Oh mein Gott, irgendwann schon auf jeden Fall so eine Perücke. Soll mir. Nein, nein. Und so? Und dann steigt mir so deine Haare noch so hässlich. Und was, wenn du echt abschneidest? Nicht schlimm. Da ziehst du die Perücke an. Ich weiß, wie so ein Peter. Wie was? Wie so ein Peter. Guck mal, was ich gekauft habe. Ach Peter, was ist denn das denn? Das ist ein Gehirn. Ach ja, aber du kannst besitzen. Weißt du, was geil ist? Wir nehmen das hier und das hier und die sind so drüber. Nein. Dann machen wir. Ja. Ja, kannst du dich mal entscheiden, wie du jetzt aussehen möchtest? Ja, guck mal, wenn ich jetzt von ich hier die Dinger nehme, die sind alles so egal. Die teilen mich ab. Ja, aber das passt doch zu dir. Aus. Ey Leute, die sieht doch krass hässlich aus, oder? Bin ich das? Nein. Ich wollte es doch schon immer haben. Ich wollte es doch schon machen. Oh mein Gott, Engel. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ich bin im Himmel. Kaktus. Ich dachte, du magst Lamas? Kaktus, Sonnenblumen, Lamas. Habt die Lama-Sache. Oh Gott. Ist das nicht ein Lama? Nein. Ich fühle mich gar nicht mehr so wie im Himmel. Weißt du? Der neue 1€ Laden. Was? 1€ Alter. Ich fühle mich gar nicht mehr so wie im Himmel. Notizbläcker. Du weißt, das ist echt Notizbläcker. Wie übler Kind, liebe. Du schaltest da eh nie was rein. Ja trotzdem bin ich super schön. 3, 2, 1. inf lebih jahre. Das ist die Lama. Dann war man viel jumper Punkt. 2€ Auf geht's dir. Was ist denn nun? Ja, du bevielouldnust. Wenn nichts mehres expire. Ich hab immer noch customizable von Uemumumumumumumumumum. Ja ist darum. Ich fühl mich endlich verstanden. Ich fühl mich wie im Himmel. Ich kann nicht... Oh mein Gott, was ist denn das? Aber ja, geil. Ich fühl mich verstanden in dieser Welt. Was ist das? Das ist ein Lama-Beutel. Für Essen. Was? Das brauchst du. Hast du schon die Überleg, Musikerin zu werden? Ja, Mann. Leute, schreibt es in die Kommentare. Soll ich das für Selina kaufen? So Leute, ich bin jetzt wieder zu Hause und wir haben mega coole Sachen gekauft. Wir fangen an mit so einem Lama-Zeug und haben hier so... Dein Tages-Make-up. Farbe von meinem Gesicht. Weiß. Erinnert mich an eines deiner Videos. Dann hier noch Fake-Blut. Latex. Ich mache schon immer Latex. Dann noch so Fake-Narben. Die machen wir natürlich alle auf dein Gesicht. Ja, irgendwie. Puh, dann gehen wir weiter zu einem Lama- oder Alpaka-keine Ahnung, was das ist. Radio Gummi. Notiz-Blog. Dann noch ein Lama- und Alpaka-Won. Ich dachte, keinem darf so ein Ding. Ich verhaut hier drauf, Alter. Dann noch so ein Lama-Alpaka-keine Ahnung, was das ist, aber sieht cool aus. Ein Megafon! Und ich werde das kaputt machen, bevor ihr das benutzen könnt. Weil die will mich damit draußen blamieren. Und das will ich nicht. Und ein... Für hier? Ja, für dich. Ein Glas! Okay, und was machst du da rein? Ich züchte Lama-Eier. Was? So, Leute. Ich hoffe, euch hat das Shop mit mir gefallen. Ja, nein. Ich rede nicht wieder mit dir. Bis zum nächsten Mal. Ciao! Ciao!